Seid gegrüßt liebe Freunde, ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal Alisa Sweet Dreams. Heute zeige ich euch, wie ihr so eine Zahlen- bzw. Buchstabentorte selber herstellen könnt. Zuerst bereiten wir den Mürbeteig vor. Und dafür brauchen wir 400g Mehl, 150g Butter, 150g Zucker, 100g Honig, 2 Eier, 1 Prise Salz und 1 Teelöffel Backpulver. Wer keinen Honig mag bzw. verträgt, kann natürlich auch Karamell nehmen, Karamellsirup oder Ahornsirup oder sowas ähnliches. Zuerst müssen die Eier mit dem Zucker vermischt werden. Dann wird der Honig dazu gegeben und ebenfalls verrührt. Nun kommt die Butter dazu und der Topf wird auf den Herd geschickt. Die Butter muss hierfür übrigens nicht zimmerwarm sein, weil wir das Ganze erhitzen wollen. Unser Ziel ist es, dass die Butter schmilzt und der Zucker sich auflöst. Zuerst erhitze ich das Ganze auf höchster Stufe und sobald die Butter geschmolzen ist, drehe ich den Herd auf mittlere Stufe runter. Es muss stetig gerührt werden, damit die Eier keine Chance haben zu gerinnen. Fast hätte ich die Prise Salz vergessen. So, nun wird in das gerade vom Herd genommene Gemisch 1 Teelöffel Backpulver reingetan. Aufgrund der Reaktion des Backpulvers bildet sich viel Schaum. Einfach alles gut verrühren und einige Minuten stehen lassen. Nun liegt es an euch, wie ihr es machen wollt. Ihr könnt das Mehl jetzt schon dazu geben, sprich in die noch relativ heiße Mischung. Oder ihr könnt warten, bis das Ganze abgekühlt ist. Ich mache es zum Beispiel sofort. Dazu gebe ich die Mischung in eine größere Schüssel, damit ich es besser rühren kann. Das gesiebte Mehl wird portionsweise dazugegeben und gut eingerührt. Wenn das Rühren mit dem Schneebesen schwieriger wird, dann muss von Hand weiter gerühren. Wenn das Mehl in die noch heiße Mischung reingegeben wird, dann entsteht der Eindruck, dass da etwas noch mehr Mehl reingegeben werden könnte. Aber dieser Eindruck täuscht. Haltet euch unbedingt an die Mehlmengenangabe. Andernfalls wird der Teig vollgeladen sein mit Mehl und nach dem Backen total trocken werden, egal wie lange ihr es backt. Das ist der einzige Unterschied zu der noch relativ heißen Mischung und der kalten Mischung. Der Teig muss anschließend für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, 30 Minuten in der Gefriertruhe oder ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Ganze dient dazu, dass der Teig nach dem Ausrollen seine Form beibehält und nicht zusammenschrumpft. Und je länger es vorher gelegen hat, über Nacht im Kühlschrank z.B., desto besser ist es natürlich. Jetzt wird der Teig auf einem Blatt Backpapier ausgerollt, damit man die Ziffern bzw. Buchstaben nicht mehr transferieren muss. Dieser Teig z.B. lag eine Nacht im Kühlschrank und lässt sich super ausrollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Jetzt werden die Zahlen und auch die Buchstaben natürlich mit einer Gabel angepiekt, damit sich beim Backen keine Blasen bilden können. Gebacken werden sie bei 170 Grad Celsius ca. 10 Minuten, bis sie leicht goldbraun werden. Rollt den Teig ruhig dünner aus. Hier habe ich den am Anfang z.B. etwas dicker ausgerollt und man sieht den Unterschied schon, finde ich. Deshalb schneide ich mir das Überschüssige da jetzt mal weg. Die dickeren Zahlen lege ich dann nach unten. Und aus dem übrigen Teig könnt ihr noch andere Elemente zur Dekoration ausstechen und eure Kinder z.B. mitmachen lassen. Die haben ja bei sowas immer ganz viel Spaß. Die haben ja bei sowas immer ganz viel Spaß. Jetzt wird die Joghurtcreme hergestellt. Dafür habe ich 750 ml Sahne und 300 g Erdbeerjoghurt genommen, 60 g Puderzucker und 1 TL gemahlene Gelatine, welche ich in 5 TL kaltem Wasser erstmal quellen lassen habe. Zuerst muss die Sahne aufgeschlagen werden. Diese Sahne ist gelingsicher, wie es auf der Verpackung steht und sie verhält sich beim Aufschlagen auch ganz anders als gewöhnliche Sahne. Diese Menge an Creme reicht locker für eine große Torte als Füllung aus oder auch für viele kleine Zahlentorten z.B. Deshalb könnt ihr ruhig die Hälfte davon nehmen, wenn ihr jetzt nur zwei von solchen Zahlentorten herstellen wollt. Während des Aufschlagens wird der Puderzucker dazu gegeben. Und ca. ab dieser Stelle kommt dann portionsweise der Joghurt dazu. Joghurt Und an dieser Stelle ungefähr oder ruhig auch etwas früher kommt die geschmolzene Gelatine dazu. Nach dem Quellen habe ich die Gelatine im 5 Sekunden Takt für ca. 10 Sekunden in der Mikrowelle schmelzen lassen. Bei mir herrschen ca. 600 Watt in der Mikrowelle. Ihr dürft die Gelatine beim Schmelzen nicht verbrennen lassen, weil sie sonst ihre Gelierfähigkeit verliert. Aber habt keine Angst, wenn ihr sie verbrennen solltet, das merkt ihr dann auf jeden Fall. Sie riecht sehr, sehr unangenehm und da merkt ihr, dass da was nicht ganz koscher ist. Da müsst ihr sie natürlich neu ansetzen. Bevor ihr die noch warme Gelatine in die kalte Joghurtcreme gebt, muss ein Temperaturausgleich stattfinden, um Klümpchen vorzubeugen. Dazu nehme ich etwas Creme und rühre es in die Gelatine ein, bis eine kühlere, homogene Mischung entsteht. Und unter Rühren wird nun die Gelatine Mischung in die Creme gegeben. Alles nochmal ordentlich verrühren und die Creme ist fertig. Am besten stellt ihr sie noch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann ist sie nämlich von der Konsistenz her perfekt. Zum Spritzen der Creme bereite ich mir einen Spritzbeutel und so eine Tülle vor. Meine Creme stand jetzt nur 10 Minuten im Kühlschrank, weil ich weitermachen musste, aber wie ihr seht, ist sie von der Konsistenz her auch ganz gut. Und der Rest der Creme, welche ich am nächsten Tag erst gebraucht habe, sieht so aus. Geschmückt wird die Zeilentorte mit Lysianthuses, auch Japanrosen genannt, zwischen Beeren und Wildrosen. Gespritzt wird die Creme von außen nach innen. Gespritzt wird die Creme der Creme ver ihre Arbeit. Was ist diese K- hin ¿ Grant Creme gegen Lysianthuse? Das war die DJack thrive im Kühlschrank hinter dem Kiren. Warum gab es nur ein Problem? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Japanrosen habe ich im Blumenladen gekauft, daher wickele ich die Stiele in Frischhaltefolie ein. Denn dem Blumenwasser dort werden hämische Mittel zur Haltbarkeitsverlängerung zugesetzt und so bin ich auf der sicheren Seite und kann meine Blumen unbesorgt auf die Torte legen. Hier habe ich noch kleine Baiser-Tropfen zur Deko und ja, die werden auf jeden Fall auf der Creme schmelzen, daher kommen die kurz vor dem Verzehr drauf. Bei mir haben die ca. 3-4 Stunden ohne zu schmelzen durchgehalten. Für die Buchstabentorte habe ich die Creme etwas anders gemacht. Da habe ich 500 ml Sahne, 300 g Joghurt, ca. 5 volle Teelöffel Erdbeermarmelade und 1 Teelöffel Gelatine dazugegeben. Hier habe ich auch als Füllung statt Beeren auch Marmelade genommen. Dann wollte ich euch noch zeigen, dass wenn ihr keine Tüllen im Haus habt, ihr euch zu Hilfe einfach die Spitze des Spritzbeutels abschneiden könnt und im Endeffekt auch ein ähnliches Spritzergebnis erzielen könnt. Oder wenn ihr nicht mal Spritzbeutel zu Hause habt, dann könnt ihr einen Gefrierbeutel oder einen Frühstücksbeutel nehmen und davon dann die Spitze abschneiden. Klar, das Ergebnis ist natürlich nicht so schön, als wenn ihr einen Spritzbeutel und eine Tülle benutzen würdet, aber wenn man nichts im Haus hat, dann ist das eine mögliche Alternative. Hier zum Beispiel wurde die Torte mit Honig und Wassermelone dekoriert und die haben ohne Probleme eine Nacht im Kühlschrank durchgehalten. Eurer Fantasie sind hierbei auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Das war's dann auch schon. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachmachen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video von Nutzen war und abonniert mich. Auf Wiedersehen!